Begleite mich bei meiner Wanderung durch den Weltwald Harz. Ich befinde mich im Weltwald in Bad Grund. Der Weltwald ist ein Arboretum. Er bietet 600 Baum- und Straucharten aus Nordamerika, Asien und Europa. Er ist 65 Hektar groß, kostenlos ganzjährig begehbar und liebevoll von den niedersächsischen Landesforsten gepflegt. Der Weltwald bietet verschiedene Themenwege. Wir werden einen Blütenweg gehen. Der Blütenweg hat eine Länge von 3,3 Kilometern. Ich verlinke in der Videobeschreibung die Anfahrtsbeschreibung und einen Link mit weiteren Informationen. Ich starte auf dem Mammutbaumweg. Hier sehen wir einzelne Mammutbäume und den benachbarten Erlebnispfad, der direkt durch die Mammutbäume durchführt. Mammutbäume und die Mammutbäume und die Mammutbäume und die Mammutbäume durchführt. Hier befindet sich eine Stempelstelle der Hatzawanda-Nadel. Wir kommen zum Kern des Blütenwegs. Hier beginnt der japanische Blütenweg. Er ist geprägt von asiatischem Gehölz. Wir kommen zum Kern des Blütenwegs. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Überall im Park befinden sich Sitzgelegenheiten, die zu einer Pause einladen. Wir gehen ein paar Meter über den Bergweg. Hier steht eine größere Gruppe Nordmantan, die wir als Weihnachtsbombe kennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Weiter geht's auf dem Rhododendron Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Überall stehen Bienenstücke. Die Bienen sind fleißig an der Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Appalachenweg führt uns hoch zurück zur Straße. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Von hier aus geht es über den Kanadaweg. Hier gibt es einen schönen Ausblick auf Bad Grund. Am Ende meiner Wanderung steht noch ein besonders schöner Baum. Ich hoffe mein kleiner Spaziergang hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.